Wir stecken mitten in einer globalen Gesundheitskrise und zwar bedingt durch die Vielzahl an Problemkeimen. Bakterien also, die resistent sind gegen Antibiotika. Besorgniserregend ist, dass auch die Suche nach neuen Antibiotika alles andere als einfach ist. Deswegen suchen Forschungsteams weltweit fieberhaft nach Alternativen. Große Hoffnung setzen Experten und Expertinnen in eiskalte Bakterienfresser. Diese sogenannten Phagen sind darauf programmiert, Bakterien zu töten und das mit einer zerstörerischen Kraft. In Laborversuchen kommen die Bakterienfresser sogar gegen multiresistente Keime an. Könnten Phagen also die Menschheit tatsächlich vor dem Schlimmsten bewahren? Clixoom Science & Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos, abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen! Dieser Themenvorschlag kam übrigens dutzendweise über WhatsApp, da habt ihr übrigens null Risiko ein Video zu verpassen. Also am besten abonnieren und den WhatsApp-Newsletter abonnieren, ihr bekommt nämlich immer eine Nachricht und ihr könnt super Themen vorschlagen. Der Link ist in der Videobeschreibung und kommt nochmal am Ende des Videos. Wir haben erst vor kurzem bei Clixoom Science & Fiction über die Killerkeime berichtet, die sich mittlerweile auf der ganzen Welt breitgemacht haben und das auch in den entlegensten Winkeln dieser Erde, beispielsweise im unberührten Arktisboden wurden Gene davon gefunden. Es scheint also so, dass wir Menschen den Superkeimen schutzlos ausgeliefert sind und die Waffen der Medizin immer stumpfer werden. Studien zufolge sterben schon jetzt jährlich weltweit 700.000 Menschen an Infektionen durch medikamentenresistente Keime. Bis 2050 könnte diese Zahl auf 10 Millionen Opfer steigen im Jahr. Das sagen zumindest Hochrechnungen einer britischen Forschungsgruppe voraus. Im Klartext hieße das dann mehr Tote durch resistente Erreger als durch Krebserkrankungen. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, aber es gibt immer wieder Menschen, die an bakteriellen Infektionen sterben. Und zwar unter den Augen von Ärzten, die verzweifelt ein Antibiotikum nach dem anderen verabreichen und das ohne Erfolg. Die Vereinten Nationen hatten die multiresistenten Keime schon 2016 als die größte und dringendste Gefahr überhaupt bezeichnet. Und so forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit mit Hochdruck daran, neue Waffen gegen die Superkeime zu entwickeln, um noch das Schlimmste abzuwenden. Bakterienfresser, sogenannte Phagen, könnten manchen Fachleuten zufolge vielleicht die letzte Hoffnung sein. Im biologischen Sinne kann man sie als Viren bezeichnen, die es allerdings einzig und allein auf Bakterien abgesehen haben und diese angreifen und auflösen. In der Fachsprache spricht man von Lysieren. Phagen sind eigentlich überall. Es gibt Schätzungen, nach denen sie zehnmal häufiger sind als Bakterien und auch in unserem Körper sind ständig Phagen zu finden, die wir beispielsweise über Wasser und Essen aufnehmen. Spannend dabei ist, dass Phagen wirklich alles andere als das neue Wundermittel sind. Die Bakterienfresser wurden nämlich schon vor 100 Jahren entdeckt. Die Wirte der Phagen sind Bakterien und so können sich Phagen tatsächlich auch lediglich in Bakterienzellen vermehren und eben nicht alleine. Eine Phage besteht einzig und allein aus seiner DNA, also seiner Erbsustanz, die sich in einer Proteinhülle befindet. Insgesamt sind Phagen deutlich kleiner als Bakterienzellen. Das Besondere an diesen Bakterienfressern ist, dass sie spezifisch sind. Das bedeutet, dass ein Phage nur Bakterien mit entsprechender Zelloberfläche angreifen kann. Das passiert nach dem sogenannten Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ein wesentlicher Pluspunkt, ganz im Gegenteil zu Antibiotika, die zwar spezifisch gegen bestimmte Bakterien sein können, aber eben nicht spezifisch gegen eine bestimmte Bakterienart oder Bakterienstämme. Und der Überfall eines Phagen auf ein Bakterium ist wirklich nicht ohne. Der Phage schießt nämlich eiskalt sein Erbmaterial in das Bakterium. Dieses wird dadurch gezwungen, neue Generationen an Phagen herzustellen, bis die Bakterienzelle dann voll ist mit jungen Phagen und letztendlich platzt. Die vielen neuen Phagen ziehen dann ebenfalls los, um weitere Bakterienzellen anzufallen. Ähnlich wie bei einem Antibiotikum kann es passieren, dass einzelne Bakterienzellen eine Resistenz gegen den spezifischen Phagen entwickeln. Doch das lassen sich die Phagen nicht gefallen und entwickeln ebenfalls sogenannte Mutationen. Diese versetzen sie dann in die Lage, auch die eigentlich resistenten Bakterien anzugreifen. Wenn somit alle Zielbakterien abgetötet sind, zerfällt der Phage selbst in seine Bestandteile, da es ihm an Nahrung fehlt. Der menschliche Organismus ist in der Lage, die Reste der Bakterienfresser zu verstoffwechseln. Und das Problem ist gelöst. Und es gibt einen weiteren enormen Vorteil der Bakterienfresser im Vergleich zu Antibiotika, denn es gibt wohl nur wenige Nebenwirkungen wie etwa Allergien. Doch zu 100% sicher sind die Phagen wohl auch nicht, denn Studien konnten zeigen, dass sie ungeahnte Fähigkeiten haben, die uns langfristig gesehen auch schaden könnten. Offensichtlich sind sie wohl in der Lage, unter gewissen Umständen Resistenzen auf Bakterien zu übertragen. Dabei dienen sie als eine Art Informationswege, das genetische Vorlagen eines Bakteriums in die neu befallenen Bakterien mit einbringt. Diese waren dann im Experiment unempfindlich gegen antibiotische Wirkstoffe. Fatal! Die Phagen hatten die Bakterien also nicht zerstört, sondern im Gegenteil, sie hatten sie sogar noch gefährlicher werden lassen. Genanalysen könnten dieses Risiko allerdings senken. Zusammengefasst könnten die meisten ihrer Eigenschaften die Phagen dennoch zu einer wirklich guten Alternative zu Antibiotika machen. Weltweit laufen dazu viele Experimente. In einigen konnten die Bakterienfresser zeigen, dass sie sogar gegen multiresistente Bakterien ankommen. Im Übrigen gilt, eine Phagen- und Antibiotikumtherapie schließen sich nicht grundsätzlich gegenseitig aus, sondern können auch nebeneinander angewendet werden. Super daran ist einfach, dass Phagen unbegrenzt zur Verfügung stehen und zwar in natürlichen Krankheitssystemen. Wegen der Spezifität, die ich ja schon angesprochen hatte, ist es dann notwendig, die geeigneten Phagen gegen den bestimmten Krankheitserreger zu finden. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nehmen dafür beispielsweise Proben aus Klärwasser. Dort gibt es besonders viele Phagenschätzungen zufolge, bis zu 100 Millionen verschiedene Arten in nur einem Milliliter. Erfolg versprechend sind Phagen bei der Behandlung von bakteriellen Infektionen spannend nicht nur für chronisch Lungenkranke, Brandverletzte, sondern auch für Diabetiker, die Probleme mit offenen Wunden haben. Doch trotz der vielversprechenden Eigenschaften der Phagen werden sie in Deutschland bzw. in Westeuropa und den USA bisher nicht als Therapiemittel eingesetzt. Ganz anders als in Georgien, wo dieser Behandlungsansatz schon lange etabliert ist. Doch bisher gibt es bei uns trotz intensiver Forschungsbemühungen keine Studien, die die Sicherheit und Wirksamkeit der Phagen sicher beweisen können. 2017 hat das Bundesforschungsministerium immerhin die ersten klinischen Studien mit Bakteria-Phagen in Deutschland genehmigt. Doch es gibt zudem auch bürokratische Hürden. Denn rechtlich ist hier noch viel zu tun, damit Phagen innerhalb der EU zugelassen werden könnten. Handelt es sich um Medikamente, Impfstoffe oder ist es sogar eine komplett neue Klasse an medizinischen Produkten? Muss vielleicht sogar jedes einzelne Phagen-Medikament, das zusammengemischt wird, zugelassen werden? Oder ist eine generelle Zulassung möglich? Bis in Deutschland offiziell Phagenmittel eingesetzt werden dürfen, brauchen wir wohl noch etwas Geduld. Dabei sollten sich die Behörden allerdings etwas sputen, denn das Resistenzproblem wird immer größer werden. Doch erst wenn die Bürokratie geklärt ist, könnten die Phagen im Kampf gegen Superkeime mitmischen. Und es sind nicht wenige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich ganz sicher sind, dass Phagen uns aus der globalen Krise retten könnten, der Krise der multiresistenten Bakterien, die die Menschheit bedroht. Und für dieses Video mit noch mehr Infos hier draufklicken und hier geht es zur WhatsApp-Community. Anschauen, das Video und abonnieren und natürlich den WhatsApp-Newsletter. Bis dann! Bleibt dran! Bis dann! Bis dann!